Yo, die Mission cheat ich sehr gerne. Ali fress. Ali fress, auf. Lass mich. Ja, Ali klapp und lass mich jetzt. Okay. Das kann jetzt ein derber Griff ins Klo werden. Das kann aber auch saugut laufen. Ist eine 50-50 Chance. Jo, das ist da so oder so. Hä? Wenn ich mir meine Scheißkarte da wenigstens zur Last würde. Ja, du bist gleich tot. Oh. Alles hin. Dreadnoughts. Einheit berichtet. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Einheit befördert. Einheit bereit. Da kenne ich mich aus. Hör gar nichts. So. Hey. Hör gar nichts. Hä? Bin ich gut? Bin ich gut? Oh. Warte, was greift denn jetzt an? Oh. Nein. Den verliere ich. Wow. Wird doch eng. Wo ist er denn, die scheiß Insel? Ah, mach jetzt Ist er das? Okay, hoch Fahr doch Wo ist er denn, das scheiß Teil? Ist das die richtige Insel? Ja Oh, den Penner weg Oh, scheiß drauf Ah, da ist er Yes, ich zeige euch schon, wer man bescheißt Yeah, es funktioniert La, 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 la Und tschüss Voll gefickt, alter So So, jetzt müssen wir nur die Basis einigermaßen halten Oh Äh Ja Oh Halt es? Ja Ich muss jetzt da dummerweise Scheißen noch, weil ich jetzt ins Halten Ja Unfair, alter Ja Yo So So Neue Beispiele Position 9 Bereit Kontrolle für ein Aufsportoren eingeschaltet Bereit Beispiele Oder auf neues Ziel ausgericht Weg hier Aufsportoren eingeschaltet Und Position angehört Aufsportoren eingeschaltet Aufsportoren eingeschaltet Aufsportoren eingeschaltet Oh, der hat noch eine Kaserne gebaut, das habe ich gar nicht gesehen, scheiße. Aber wie ihr jetzt eindrucksvoll gesehen habt, kann man die Mission ein bisschen bescheißen, jetzt ist es eigentlich nur noch überleben, theoretisch. Jo, wir machen mal einen mega Abwehrriegel einfach. Ja, wir haben die Kaserne weg, schafft. Zeit, die wir brauchen, Zeit, die wir kriegen, macht mir das nach. Sowieso. Jetzt sind wir, oh, das ist eine doofe Mission, das erste Mal Prisma Panzers. Komm, werft die Scheiße ab, auf. Ja, sollen wir Psycholochfeuer kaputt machen, haben nur ein bisschen Zeit dafür. Ja, Gefäßkontrolle, oh, 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 sag was. Ah. Tsch-Ting, tsch-Ting. Ein bisschen Speedy-Mission. So, die tun wir auf zwei, die tun wir auf eins. Weil hier doch schon einiges abgeht. Hier sind aber auch einige unserer Truppen unterwegs. Das heißt, alles zu töten wäre jetzt nicht so. Der wäre jetzt uns gewesen. Der da auch. Oh, Lauf. Das ist eine Scheiß-Mission. Wir sind finanziell in der Mission eh schon krass angeschlagen. Jo, das war jetzt eng. Ja, ich weiß. Sobald das Teil da, dann hier. Kabumm. Wo ist er denn? Da ist er. Sammler Station und uns. Das landet nämlich genau für so einen Kronundiger. Eis kalt. Weggepetzt. So. Boah, sind die mit der Reichweite krass. Äh, ich mach jetzt hier trotzdem mal einen Schnitt, dass die Mission nicht zu lang wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Begep så, ja. Was... Begepelt.